Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Ich drehe heute das erste Mal aus meinem Drehzimmer. Yay, große Freude! Ich habe mich für das Thema Favoriten entschieden. Dieses Format kommt immer sehr gut bei euch an und diesen Monat liegt es praktischerweise auf meinem Uploadtag und es ist der letzte Tag im Monat. Deswegen gibt es, glaube ich, kein perfekteres Thema heute als meine April-Favoriten. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Mein ersten Favoriten habe ich noch gar nicht so lange, aber dafür jeden Tag bisher getragen. Und zwar sind das meine neuen Adidas NMD-Sneaker. Ja, die sind ganz schön schmutzig und ich halte sie gerade wie so ein paar Enten für so hoch. Ich sollte sie mal wechseln. Ja, die sind ganz schön schmutzig. Ich habe auf jeden Fall bald schon eine Waschmaschine verdient. Aber wie gesagt, ich habe sie bisher, seitdem ich sie habe, seit ca. drei Wochen jeden Tag getragen. Die haben schon den ein oder anderen Regenschauer mitgenommen. Der April, der macht, was er will. Ihr kennt das Ganze ja. Ja, und weiße Schuhe finden das Ganze natürlich nicht so toll. Deswegen müssen die unbedingt mal in die Waschmaschine, ich weiß. Aber ich hatte noch nie, noch nie so bequeme Schuhe. Also wenn ihr wirklich sehr, sehr bequeme Sneaker sucht, dann kann ich euch die sehr, sehr empfehlen. Die sind nicht gerade günstig. Klar, es ist ein Markenschuh. Ich glaube, die liegen bei so 149 Euro in Weiß zumindest. Wenn ihr jetzt spezielle Farben haben möchtet, werden die teilweise richtig teuer gehandelt. Ich finde die Weißen super. Sie werden leider nur schnell dreckig. Das ist das kleine Manko dabei. Aber ein absoluter Favorit von mir. Das nächste Teil ist etwas, womit ich mich eigentlich nie in Verbindung gebracht habe und wo ich eigentlich auch nie der Typ für war. Und jetzt landet es auf einmal in meinem Favoritenvideo, obwohl ich gar kein Teetrinker bin. Es geht um Fit Tea. Und zwar um eine ganz bestimmte Sorte, nämlich diese hier. Super Fruit. Und ich sage euch, wenn es Geruchs YouTube geben würde, ihr würdet gerade ausrasten. Das riecht so lecker und das schmeckt auch so gut. Und ich habe letzten Monat so viel Tee getrunken, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ihr seht, ich habe den wirklich gut schon auch gebraucht. Ich habe natürlich noch ein paar auf Reserve. Ich habe das Ganze zugeschickt bekommen mit dieser Glasbottel. Und das zusammen ist einfach eine super Kombi. Mega praktisch und sehr, sehr lecker. Natürlich profitiert ihr auch davon, wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und das Ganze gerne ausprobieren möchtet, könnt ihr mit dem Code SUNNY EASE auch ein bisschen Geld sparen. Im Moment mache ich ja ein bisschen mehr Sport. Und letztens hat sich ein Mädchen in der Nomenkleide mit mir zusammen fertig gemacht und hat irgendwas gesprüht. Und auf einmal kam mir eine mega Duftwolke entgegen. Und ihr kennt mich, ich bin absolut der Duft-Junkie. Gerade wenn es um frische Düfte geht, dann bin ich ja gleich wie so ein Magnet. Und schau auch nicht zurück, die Leute zu fragen, was deren Parfüm oder Waschmittel ist, was einfach zur Hölle so gut an ihnen riecht. Und genau so war es in diesem Moment auch. Ich habe das Mädchen angeguckt und habe gesagt, boah, was ist das denn? Was zur Hölle benutzt du da? Und sie hat mir dann dieses Adidas Deo gezeigt, was ich mir natürlich auch sofort kaufen musste. Also ich bin direkt nach dem Sport los und habe mir das dann geholt. Und das riecht einfach so frisch, weiblich und einfach nur lecker. Leider gibt es davon kein Duschgel. Ich hätte mir auch sofort das Duschgel davon noch geholt, weil es einfach ein mega, mega schöner Duft ist, jetzt für den Frühling. Und allgemein, das riecht einfach frisch und angenehm, so wie ich es liebe. Ja, momentan gerade beim Thema Duft sind, hole ich auch gleich meinen nächsten Favoriten raus. Ihr wisst, ich liebe diesen Kuschelweich-Weichspüler. Den brauche ich euch jetzt nicht weiter zeigen. Das ist ja mein All-Time-Favorite und den habe ich euch auch schon 10 Millionen Mal gezeigt, gefühlt. Ich habe aber etwas entdeckt. Ich weiß, dass es das schon ein bisschen länger gibt, aber ich bin witzigerweise erst jetzt drauf gestoßen. Und zwar geht es um diese Duftsäckchen. Komischerweise in meiner Lieblingsduftrichtung von meinem Lieblings-Weichspüler. Von Kuschelweich sind die und die heißen Sommerwind. Und no words needed. In der ganzen Wohnung habe ich diese Duftsäckchen verteilt, überall auf die Heizung gelegt. Und wenn die Heizung dann an ist, dann kommt dieser frische Duft raus. Ich weiß, einige mögen sowas überhaupt nicht. Ich fahre darauf total ab, wenn die ganze Wohnung nach frisch gewaschener Wäsche riecht. Und ich bin da so ein richtiger Suchti nach. Ich liebe das einfach. Auch schon mal kurz in die Kamera gehalten, habe ich euch diese kleine Handtasche hier von Prinsley London. Die habe ich euch mal in einem Haul gezeigt. Auf jeden Fall wusste ich da noch nicht, wie sehr ich sie irgendwann lieben werde. Ich bin jetzt nicht so ein Taschenmädchen. Also ich habe zwar ein paar Handtaschen in jeder Größe. Ihr kennt das. Ich greife lieber zu kleineren Handtaschen zurück. Auch wenn das ein bisschen mehr püppi aussieht. Aber ich weiß immer nicht, was ich in so große Handtaschen reinpacken soll. Klar, wenn ich zur Arbeit gehe und mein ganzes Frühstück und meine Wasserflaschen und so mitschleppe, dann ist die natürlich ein bisschen unpraktischer. Aber für so kleine Städtetrips und Shoppingtrips ist die wirklich super. Oder wenn man mit Freundinnen essen geht oder allen Freizeitaktivitäten, ist die einfach genial. Das ist einfach ein super hübsches Accessoire mit einer mega Qualität und ich glaube, die ist auch gar nicht so teuer. Ich schaue mal, was die kostet und schreibe euch den Preis in die Infobox. Auf jeden Fall All-Time-Favorite. Viele von euch werden diese Hülle kennen. Die ist von Apple und die hat 39 Euro gekostet, meine ich. Gibt es aber auch noch in ganz vielen verschiedenen Farben. Auch in so einem hübschen Mintton. Aber ich fand, Rosa passt einfach am besten zu meinem rosé-goldenen iPhone. Und Rosa bin halt auch irgendwie ich. Deswegen musste ich unbedingt eine rosane haben. Und ich bin absolut in Liebe mit meiner neuen Handyhülle. So, und das letzte Teil seht ihr gerade hinter mir. Ich hole es mal nach vorne. Und zwar geht es um diese Blümchen hier. Die Vase mit den Blumen steht normalerweise neben mir hier auf meinem Schminktisch. Und überhaupt in meiner ganzen Wohnung habe ich überall diese Rosen in weiß hauptsächlich dekoriert. Das sind Kunstrosen und viele, die mich besuchen kommen, sehen auf Anhieb gar nicht, dass das Kunstblumen sind. Die denken, das sind echte. Das ist auch ganz gut so, weil eigentlich habe ich was gegen Kunstblumen. Ich habe aber selber auch keinen grünen Daumen. Das Ganze ist eine sehr schlechte Kombi und deswegen war ich auf der Suche nach Rosen, weißen oder pastellfarbenen Rosen, denen man nicht ansieht, dass sie künstlich sind und die halt irgendwie immer frisch aussieht, die kein Wasser benötigen und einfach fliegeleicht sind. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich drauf gucke, weil ich finde das so schön und ja, ist einfach ein Favorit von mir geworden. Die kriegt ihr bei Taves für 1,95 und diese Vase habe ich bei Amazon bestellt. Ich setze euch den Link unten in die Infobox rein und die stelle ich jetzt auf jeden Fall gleich wieder zurück auf meinem Schminktisch, weil da sehen sie am schönsten aus. Ja, ihr Lieben, das war es mit meinen Favoriten, mit diesem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und dass ich euch nicht zu sehr angefixt habe. Hier an der Seite verlinke ich euch nochmal zwei Videos. Welche weiß ich noch nicht, das entscheide ich dann, wenn ich schneide und hier oben seht ihr meine sozialen Netzwerke. Kleines Shoutout jetzt für meinen Snapchat und Instagram und Facebook. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ihr könnt mir überall hin folgen. Da bin ich außerhalb von YouTube auch sehr, sehr aktiv. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen und ich sage bis bald. Tschüss! Tschüss!